Ich bin Liv Bartels und ich spiele Bratsche im MDR Sinfonieorchester. Ich habe erst Geige studiert und habe dann aber im Studium gemerkt, dass ich das, was ich zu sagen habe, auf der Bratsche eher ausdrücken kann als auf den hohen, doch kniffligen Tönen auf der Geige. Das Spannende an dieser Musik ist, dass es richtig gut wird, wenn man den Kopf ausschalten kann. Also natürlich muss man extrem konzentriert sein, weil es doch sehr vertragte Rhythmen sind und gerade wenn die Patterns sich immer wieder wiederholen, dann den Absprung zu schaffen, wenn dann sich eine Kleinigkeit ändert in den Pattern jeweils. Aber richtig gut wird es, glaube ich, dann, wenn man eben seinen Kopf ausschalten kann und es gemeinsam fühlt und einfach groovt.